Wir machen heute eine Fahrt mit dem Katamaran von Konstanz nach Friedrichshafen und irgendwann fahren wir von Friedrichshafen dann wieder zurück. Den ist man kurz auf. Jawohl, gehen schon alle aufs Schiff und müssen dann auch gehen. Die müssen wir kurz nochmal hier filmen. Viel Betrieb heute, weil wieder endlich schönes Wetter ist. Stadtgarten ist auch gut besucht und wollen wir dann nachher nochmal vom Schiffhaus filmen. Wir schreiben heute übrigens dann wieder Mittwoch den 14.8.2020 ansehen. Winterfunk Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ach, wie schön, wo das Schiff daraus kommt. Oh, genau von dem Sieg ist es. Oh, genau von dem Sieg ist es. Oh, ich weiß nicht, wie das ist. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dann. Das ist ein Rutsch, Geh. Nein, hast du Ruut? Also Ruut. Alter, ja. Alter, ja. Danke, danke. Ja, ja, schon recht. Kampzi, Gott sei Dank. Ich bin überfahren. Es ist gut. 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 Kommt da 50 Cent an, ja. 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 Ja, genau. Ja, wir warten. Kommt da 50 Cent an, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, guck mal, der hat doch eine richtige Kleidung. Wo ist es? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.